Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, ich bin die Vanessa. Hallo, ich bin Naron. Ich komme aus der Schweiz. Und ich komme aus Berlin. Und wir beide singen am Kiddie-Contest den Song Königskinder. Im Original heißt der Song I belong to you. Und ist von Aeros Ramazzotti und Anastasia. Bei Königskinder geht es darum, dass ein Mädchen und ein Knabe im Bus sitzen und keiner getraut sich etwas zu tun und sie sind ineinander verliebt. Es ist ein Song, an dem es sehr viel um Gefühle geht. Die Scheiben sind vom Atem blind, die Wangen heiß. Jetzt steigt er ein, setz sich nämlich, ob er was weiß. Schau mit rotem Kopf, er schämt zur Seite. Als ich erfahren habe, dass ich beim Kiddie-Contest mitmachen darf, da war ich sehr glücklich und ich bin aufgesprungen. Ich war voll außer mich vor Freude. Ich habe eigentlich geweint, also Freudentränen. vor dem Plan, hier zu sehen, nie zu sehen. hier zu sehen? Ich weise ihren Augen an, ich fühle mich wie im Fieber. Also ich habe einfach mal an einem kleinen Fest, an einem Schulfest angefangen zu singen und habe dann immer weiter gemacht und immer weiter. Und ich habe zwar nicht viel Singschule gemacht, aber ein bisschen und wenn es geht, dann möchte ich auch was Größeres erreichen. Also wie zum Beispiel Kiddy Contest, das ist schon mal viel. Ich singe seit ich sechs bin, im Chor und seit einem Jahr singe ich so echt privat. Und ich könnte mir nicht vorstellen ohne Musik zu sein, denn Musik ist mein Leben. In meinem Traum mit dir im Bus ist alles leicht. Ich frag mich wie du heißt. Kein Forschung heißt, da sind auch nicht die Hände feucht. Ob du was von mir weißt. Da fällt mein Herz nicht in die Hose. Also ich habe eigentlich immer Lampenfieber und bin immer aufgeregt und habe auch Bauchweh. Aber wenn man dann auf der Bühne ist, dann fühlt man sich sofort wohl. Und das ist sicher beim Kiddy Contest Finale genauso. Ich werde aufgeregt sein und man sieht es eigentlich an mir, weil ich habe danach immer Bauchschmerzen und werde manchmal auch rot im Gesicht. Ich steig nicht aus, bleib einfach hier. Ein vor dir. Und doch ich schaff es nie. Warum klemmt denn nicht die Tür? Vielleicht trau ich mich morgen früh. Das Einzige, was wir tun können, um den Kiddy Contest zu gewinnen, ist einfach alles geben, fröhlich sein, auch Spaß daran haben und dass man den Spaß sieht, dass man Spaß daran hat. Gewinnen ist für mich beim Kiddy Contest sehr wichtig, denn ich habe gerade mal zwei Pokale vom See. Ich bin die Vanessa und ich bin der Ron. Wir beide singen am Kiddy Contest den Song Königskinder. Und wenn euch der Song gefällt, ruft für uns an. Und wenn euch der Song gefällt, ruft für uns an.